Musik 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 Unbeschreiblich das erste Mal für mich und alle haben Hunger, drei Jahre gewartet und jeder hat Bock zu feiern und einfach die Sau rauszulassen. Das ist unbeschreibbar. Auf was freut ihr euch am meisten bei diesem Festival? Boah, eigentlich auf das gemeinsame Beisammensein. Eigentlich ist es egal, was hier läuft. Es macht einfach nur Spaß, mal mit Leuten, die man seit Jahren auch teilweise nicht gesehen hat, einfach mal ein bisschen Zeit zusammen verbringen und die Musik zu genießen. War mega. Der Tag kann nicht besser werden. Er kann nur besser werden, kann nur besser werden. Also das war, das ist das Geilste überhaupt. Was geil ist! Jägermeister! Wuhuuu! Wuhuuu! Jägermeister! Es war immer speziell für uns. Einer meiner Lieblingshöhe war eigentlich hier. War heiß oder hat tolle Spaß gemacht?